Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich habe mir als Titel überlegt, digitale Prüfung so offen wie möglich, so sicher wie nötig, ist vielleicht so ein bisschen das Mantra. Ich habe ja auch schon mal den Link zu den Folien, den werde ich einfach im Nachgang in den Chat tun. Ansonsten, wer jetzt ganz schnell sein Handy mit einem QR-Code-Scanner aktiv hat, kann natürlich hier diesen Link auch sehr schnell merken oder abscannen. Okay, also ich starte mal mit einer kleinen Einführung. Die große Frage, die ich mir gestellt habe und die wir uns natürlich irgendwie alle so gestellt haben, so ungefähr vor eineinhalb Jahren, ist Prüfung unter Pandemiebedingungen. Wie kann das zusammengehen? Wie kann das funktionieren? Und man sieht schon hier, das Problem ist so ein bisschen als Formel formuliert. Die Folie ist auch gleichzeitig ein Disclaimer. Ich bin eben Ingenieur von Haus aus. Ich bin kein Hochschuldidaktiker. Alles, was ich sozusagen so auf dem Gebiet der Hochschuldidaktik mache, ist eher autodidaktisch orientiert. Aber ich bin auch mal bei hochschuldidaktischen Konferenzen natürlich unterwegs. So und naja, jetzt kann man sich eine Antwort auf diese Frage überlegen und die einfache Antwort wäre, naja gut, wir haben halt einfach das Internet. Also wir haben in den letzten 20 Jahren geschafft, irgendwie mit dem Internet das Musik- und Videobusiness umzukrempeln, die gesamte Reisebranche auf den Kopf zu stellen und irgendwie ganz viele Online-Shops und so zu haben. Warum soll es nicht auch irgendwie möglich sein, Prüfungen über das Internet abzubilden? Ja, und ein bisschen kompliziertere Antwort darauf ist, naja, dass man halt ein bisschen out of the box denken muss, wie man so schön sagt. Dieses schöne Beispiel, diese neun Punkte mit vier Geraden zu verbinden, ohne abzusetzen, geht eben nur, wenn man aus der Box rausgeht und mal so ein bisschen den Blick vielleicht weitet und guckt, was will man eigentlich mit Prüfungen schaffen? Was bietet mir die Online-Welt und das Internet dafür für Möglichkeiten? Und wie kann ich das so ein bisschen zusammenbringen? So, und als, ja, so, sagen wir mal jetzt die vielleicht theoretischste Folie in diesem Vortrag, gibt es natürlich so ein paar Herausforderungen. Ich hatte hier vorher mal draufzustehen bei Online-Prüfungen. Eigentlich ist mir eingefallen, eigentlich gibt es diese Herausforderungen bei allen Prüfungen. Also die Prüfung muss natürlich zur Lernmethode und zu Lernzielen passen. Das nennt man Constructive Alignment. Das muss irgendwie zusammengehören. Dann, das ist schon auch vorhin angesprochen worden, ich habe tausend Prüflinge, wie gehe ich damit um? Skaliert das, skaliert das nicht? Mündliche Prüfung, schon angesprochen, super Sache, aber ich werde nicht mündliche Prüfungen für tausend Leute machen können. Objektivität, hängt das irgendwie von den Bedingungen ab, wo ich jemanden prüfe? Ist das online? Ist das im Raum? Kommen da andere Sachen raus? Prüfe ich tatsächlich das, was ich prüfen möchte? Das ist, glaube ich, eine super wichtige Frage. Prüfe ich die Person, die ich prüfen möchte? Das ist vielleicht bei Online-Prüfungen insbesondere eine Frage. Bei Online-Prüfungen auch. Können da Dritte irgendwie einsehen in das Verfahren? Ist das halt aus Datenschutzsicht einigermaßen sicher? Ist das rechtssicher? Kann ich nicht viel zu sagen. Bin kein Jurist. Und ist das transparent für die Studierenden? Können die sich da, also fühlen sich da mitgenommen und über alle Gegebenheiten und Eventualitäten informiert? Und dann hat man noch so eine technische Komponente. Wenn ich jetzt Online-Prüfungen mache, muss natürlich mein Server verfügbar sein. Und die Daten müssen sicher gespeichert werden und so weiter und so fort. So, und jetzt kann man das eben noch ein bisschen vielleicht von der praktischeren Seite aufziehen und sich überlegen, dass, also, naja, gerade in den Ingenieurwissenschaften, für die kann ich ganz gut sprechen. Wir so eigentlich sehr klassische, traditionelle Prüfungsformen haben. Studis werden mit einem Zettel und einem Taschenrechner bewaffnet, für drei Stunden abgesperrt von der Außenwelt in einen Raum gesperrt und sollen dort komplexe Ingenieurwissenschaftliche Aufgaben lösen. Und wenn man sich das mal überlegt, wäre das ja in der realen Arbeitswelt total absurd, dass jetzt sozusagen Elon Musk zu seinen Top-Entwicklerinnen sagt, jetzt geht halt in diesen Raum nur mit Zettel und Stift, ohne Internet, ohne alles, für drei Stunden abgedunkelt und entwickelt jetzt das neue Batterielademanagementsystem oder Antriebsstrang oder was für unser Auto. Also, natürlich kommt es in der Arbeitswelt darauf an, dass man natürlich fachliche Kompetenzen entwickelt hat, aber sich eben auch vernünftig mit anderen Leuten darüber austauschen kann, auch eine Lösung, die man selbst entwickelt hat, gegenüber anderen verkaufen kann, argumentieren kann, warum man denkt, dass die eigene Lösung gut ist und zum Beispiel eine andere Lösung irgendwie schlägt. Und diese Kompetenzen prüfen wir, bilden wir, glaube ich, in den klassischen Prüfungen, die wir so machen, halt überhaupt gar nicht ab. So, und ja, deshalb komme ich zu ein paar Erfahrungen, die ich gemacht habe in einer Open Book Online Prüfung, ziemlich präzise vor einem Jahr und erzähle ein paar Erkenntnisse dazu, ein paar Erfahrungen und dann erzähle ich noch ein bisschen was zu einer Prüfung, die so ähnlich ablief, aber dann eben wieder in Präsenz im letzten Sommersemester. Und wenn jetzt diese nette Konferenz, dieser nette Kick-Off eine Woche später gewesen wäre, hätte ich auch von diesem Jahr was erzählen können, weil am nächsten Montag machen wir auch wieder eine solche Open Book Prüfung in Präsenz. Ja, kommen wir gleich drauf. Und dann stelle ich mal, um die nachfolgende Diskussion und Fragerunde und vielleicht auch die morgigen Workshops ein bisschen anzuheizen, sechs mehr oder weniger steile Thesen auf und komme dann am Ende zu einem Fazit. So, also jetzt geht es weiter mit ein paar Erfahrungen zu einer Open Book Online Prüfung, zu einer Take-Home Prüfung, wie man so sagen würde. Und ich glaube, also ein Problem, vor dem auch alle so ein bisschen standen ist, dass Online Prüfungen, ja, dass es eben kaum, wenn ich sozusagen überhaupt gar keine Erfahrung dazu gab und dass das deshalb also sowohl aus Lehrendensicht als auch aus Studierendensicht nach so einer klassischen Lose-Lose-Situation aussah. Also die Lehrenden haben sich eben Gedanken gemacht, oh, wenn jetzt die Studis zu Hause sitzen und von dort aus die Prüfung machen, dann können die ja alles machen und können sich austauschen, die können sich irgendwie im Zweifel Leute einladen, die können natürlich im Internet nebenbei recherchieren, vielleicht auch auf einem zweiten Gerät und so weiter und so fort. Das müssen wir irgendwie in den Prüfungen berücksichtigen. Und genauso haben sich die Studierenden halt Gedanken gemacht, oh, wenn das jetzt alles in den Prüfungsaufgaben berücksichtigt wird, dann werden ja die Prüfungsaufgaben viel schwieriger werden, die möglicherweise, die werden ganz anders aussehen. Vorher haben wir immer Prüfungen mit Zettel und Stift geschrieben, jetzt findet das irgendwie in einem Moodle statt mit Ankreuzaufgaben, mit irgendwie Aufgaben, wo man Zahlenwerte in ein Textfeld eintippt und die dann automatisch geprüft werden. Die ganzen tollen, von den Fachschaften über Jahrzehnte gepflegten Prüfungsaufgaben-Kataloge sind auf einmal wertlos. Wie geht man jetzt damit um? So, und aus Lehrendensicht kommen natürlich noch die schon angesprochenen Täuschungsszenarien. Also ich habe die jetzt mal so genannt, kann man sich natürlich trefflich darüber streiten, ob das tatsächlich Täuschung ist. Also einige davon sicherlich klar. Also Studierende werden sich, wenn sie zu Hause Prüfung schreiben, austauschen können. Ich habe jetzt hier mal WhatsApp sozusagen als Beispiel dafür. Natürlich kann man Leuten dann per Messenger irgendwelche Nachrichten schicken. Ob das eine Täuschung ist, kann man sich darüber streiten. Ich würde sagen, das ist halt was, was man im normalen Berufsleben, im normalen Alltag auch tut, sich mit anderen Personen über Probleme auszutauschen. Eine zweite Sache sind natürlich Plagiate. Man kann irgendwie Sachen im Internet herunterladen, die per Copy und Paste in eine eigene Arbeit einfügen. Und, naja, fremde Gedanken als seine eigenen verkaufen, das ist definitiv eine Täuschung. Auch darüber kann man sich aber trefflich streiten, ob das jetzt tatsächlich sozusagen so ein Problem ist. Es gibt so ein schönes Beispiel dazu von Jöran Musmeerholz, der halt sagt, okay, wenn mein Vorgesetzter mir eine Aufgabe gibt und sagt, guck mal, hier ist das Problem, find dazu mal eine Lösung. Ja, und dann geht man halt los und sucht irgendwie im Internet. Und nach fünf Minuten findet man eine total gute Lösung. Und, ja, dann sagt man aber, Moment, das ist jetzt blöd, das ist nicht meine eigene Lösung. Jetzt setze ich mich nochmal hin zwei Tage und überlege mir eine eigene Lösung. Und dann geht man drei Tage später zu seinem Vorgesetzter und sagt, Chef, Sie haben ja irgendwie diese Aufgabe gegeben, da dieses Problem zu lösen. Ich habe nach fünf Minuten eine super Lösung im Internet gefunden. Das war aber nicht meine eigene Lösung. Deswegen habe ich mich nochmal zwei Tage hingesetzt und mir eine eigene Lösung überlegt. Die ist jetzt nicht ganz so toll, wie die, die ich vorher schon gefunden habe. Aber es ist meine, ist das nicht toll? Also muss man halt auch gucken, klar, was will man halt eigentlich von den Leuten haben? Müssen es manchmal auch immer super eigene Lösungen sein oder reichen halt einfach passende Lösungen für das Problem? Steckt nicht manchmal auch ein Wert da drin, einfach zu einem relativ komplexen Problem dann die genau passende Lösung zu finden, aus einem Strauß vieler bunter Möglichkeiten von Lösungen auszuwählen? So und die dritte Möglichkeit und da kommen wir definitiv dahin, wo es dann ein Täuschungsszenario ist, ist Contract Cheating. Also man bestellt sich als Student, als Studentin eine Person zu Hilfe, die einem ja entweder in the comfort of the home Hilfe bietet oder irgendwie über das Internet bei der Prüfung hilft. Da ist so zumindest in der Elektrotechnik mein Motto, wer soll das sein? Also ich kenne, ich habe ja auch Lehrveranstaltungen im Master. Ich kenne wenig Studierende, die halt auch im Master dann noch in der Lage wären, irgendwie vernünftig, substanziell und gut auf Prüfungen aus Grundlagenveranstaltungen irgendwie zu antworten. Und die Studierenden, die das könnten, die haben nicht nötig, da noch irgendwie nebenbei Geld zu verdienen. Die haben super gute Werksstudierendenverträge mit irgendwelchen Firmen und arbeiten hier und da als Hiwis an Instituten. Die können gar nicht so viel Bier trinken, wie sie sich dort halt verdienen könnten. Und natürlich als Student, der das sozusagen Geld oder einen monetären Gegenwert leistet, macht man sich natürlich auch auf Dauer damit angreifbar und erpressbar. Aber auch das ist, glaube ich, was, was man nicht, also was man zumindest mal im Hinterkopf behalten sollte, was sowas, glaube ich, tatsächlich seltener macht, als man so denken würde. So, jetzt könnte man sich halt fragen, okay, super viele Täuschungsszenarien. Warum machen wir nicht einfach Proctoring? Warum überwachen wir nicht alle von vorn bis hinten? Kann man mal so, ich habe mal in das Leitbild Lehre unserer Uni in Magdeburg reingeschaut. Da steht halt drin, die Basis unserer Informations- und Kommunikationskultur sind Vertrauen und Transparenz. Und ich glaube, mit diesem Proctoring, wir überwachen euch hier von vorne und hinten und da noch eine Kamera und bitte einen Raumschränk vorher und bitte gucken, dass der Raum, in dem ihr sitzt, nur eine Tür hat und so, dass man damit das super falsche Signal gegenüber Studierenden sendet und natürlich auch noch eine ganze Menge offener Fragen verbleiben. Also muss denn eine Online-Prüfung tatsächlich sicherer sein als eine Präsenzprüfung? Weil, machen wir uns nichts vor, auch da gab es früher Spickzettel und man hat versucht, sich hier und da auszutauschen und sich da irgendwie unerlaubte Hilfe zu verschaffen. Und Cheating is only if you get caught. Also da gibt es halt eine ganze Menge Fragen bei Online-Prüfungen. Dritte Leute im Raum, Knopf im Ohr, so wie ich das jetzt habe, aber vielleicht ohne Kabel. Was ist, wenn man in der Online-Prüfung mal auf die Toilette muss? Kann man vielleicht vorproduzierte Videobilder einspeisen? Dann ist es sinnvoll, also zum Beispiel eben wirklich von allen seinen Studierenden oder Schülern so ein Videobild sich anzuschauen, wer will das überwachen und so weiter und so fort. Also deswegen, ich bin ein sehr vehementer Gegner von Proctoring und ich denke, dass man den Aufwand, den man da reinsteckt, sich sozusagen ein vermeintlich täuschungssicheres Online-Prüfungssignal zu überlegen, eher da rein investieren sollte, sich gute, bessere, kompetenzorientierte, authentischere Aufgaben zu überlegen oder Prüfungsformate, wo alle diese Täuschungsszenarien auf der vorherigen Folie sozusagen eine eher untergeordnete Rolle spielen, will ich mal so formulieren. So, und deshalb haben wir uns halt überlegt, habe ich mir überlegt, ja, eine Open-Book-Online-Prüfung zu machen. Studis machen die Prüfung von zu Hause aus, haben alle Möglichkeiten dabei, das Internet zu nutzen, Simulationssoftware zu nutzen, die man eben auch so im normalen Berufsleben nutzen könnte und hatte dabei so den Vorteil, dass wir A, in den Grundlagen der Elektrotechnik sowieso schon immer relativ kompetenzorientierte Aufgaben hatten und auch einen relativ großen Klausuraufgabenkatalog. Und der war auch glücklicherweise, habe ich den über die letzten zehn Jahre schon mal so in Lattich umgeschrieben und dann kann man ja als Ingenieur schön programmieren und habe mir ein schönes Skript im Matlab programmiert, was mir halt immer aus dem Aufgabenpool randomisiert Prüfungsbögen zusammenstellt. Hier ist jetzt mal so ein Beispiel, erste Seite war bei allen gleich, da standen so ein paar allgemeine Hinweise drauf und dann gab es halt zehn Aufgaben, immer jede Aufgabe aus einem Themenblock und direkt auf der PDF-Seite drauf unten ein Link und ein QR-Code, der zu einer Seite im Moodle führte, wo die Studierenden die Prüfung hochgeladen haben. Und da gab es dann auch mal so ein Checkfeld, das sie ankreuzen mussten, wo sie praktisch digital eine Eigenständigkeitserklärung eingereicht haben oder angeklickt haben. Und was halt bei uns in Elektrotechnik total wichtig ist, sind so Schaltbilder, Formeln, Diagramme. Das heißt, die Studierenden haben ihre Lösung handschriftlich geschrieben, haben die dann abfotografiert oder eingescannt und eben in diese Moodle-Formulare hochgeladen. Wir haben die dann ganz klassisch sozusagen, also nicht handschriftlich, aber ja, handschriftlich elektronisch korrigiert. Und damit man noch so einen zweiten Check hatte, sollten sie auf den Seiten, die sie abfotografieren, einreichen und in ihren Studierendenausweis mit abfotografieren, dass man nochmal da so eine Gegenprüfung hatte. Ich habe mal so eine Beispielaufgabe hier mit reingenommen, dass man mal so eine Idee hat, wie so eine Aufgabe in den Grundeigen Elektrotechnik aussieht. Und da stellt man schon fest, also so wahnsinnig viel googeln kann man da nicht. Man muss schon ein bisschen wissen, wie das ist mit Ladung und Strom und dass das hier eine lineare Funktion ist. Und okay, die E-Funktion steht hier dran und dann halt Formeln aufschreiben, sich einen Ansatz überlegen, das ausrechnen und am Ende halt wieder zeichnen. Googeln geht da nicht so wahnsinnig viel. Man muss schon ein bisschen Vorwissen mitbringen, um das halt zu lösen. So, und diese zehn Themenbereiche habe ich hier mal aufgelistet. Das bildet eben so die gesamten Grundlagen Elektrotechnik ab in unserem Fach. Und dann habe ich mal in Rot dahinter geschrieben, aus welchem Bereich ich wie viele Aufgaben habe. Und ich habe dann eben einfach aus dem Bereich eine Aufgabe gezogen, aus dem nächsten, aus dem nächsten, aus dem nächsten und so weiter und so fort. Am Ende geprüft, dass die Gesamtpunktzahl und damit der Aufwand für alle in einem gewissen Rahmen ist und eben gleich ist. Aber wenn man halt mal einfach ausrechnet, also 12 mal 32 mal 26 und so kommt man auf ziemlich viele Möglichkeiten. Also da kann man auf jeden Fall schon auch sehr große Studierendenkohorten mit individuellen Prüfungsbögen versorgen. Also die Chance, dass halt dann zwei Leute mal, die sich kennen, auch die gleiche Aufgabe bekommen, ist damit nicht ausgeschlossen. Aber dass die halt die exakt gleiche Prüfung bekommen, die ist doch sehr, sehr, sehr gering. So und so sah dieses Einreichungsformular aus teilnehmendensicht aus im Moodle. Also sie konnten dann einfach die Datei da hochlegen und dann gab es noch so ein zweites Fältchen. Das ist jetzt hier nicht dargestellt, wo man eine Eigenständigkeitserklärung abgegeben hat. So, dann gab es während der Prüfung praktisch Proctoring andersrum. Also ich habe die ganze Zeit ein Zoom-Meeting offen gehabt, um für technische Fragen und auch inhaltliche Fragen zur Verfügung zu stellen. Da waren auch die ganze Zeit ein paar Studis drin, die so im Sinne von Fear of Missing Out damit drin waren. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie eine wichtige Ansage, die alle betrifft oder so. Es gab dann auch ein paar, tatsächlich ein paar Fragen. Aber ansonsten lief das eigentlich ziemlich gut. Und die so vielleicht wichtigste Erkenntnis ist, am Ende, wenn man sich halt die Notenverteilung, die Ergebnisse dieser Prüfung anschaut, sieht das halt aus wie vorher bei allen Präsenzprüfungen auch. Also es gibt ein breites Mittelfeld und eine schmale Spitze und natürlich auch Leute, die Bestehensgrenze ist bei uns bei 40 Prozent, die halt dann durchgefallen sind oder die die Prüfung eben entsprechend nicht bestanden haben. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, also Moodle gibt da ja auch ein paar Möglichkeiten, so Learning Analytics zu machen, was ja im Vorfeld auch schon angesprochen ist, so zu gucken, was machen die Leute und wann und so. Und ich habe hier mal einfach geplottet. Hier war die Einreichungsfrist und wann sozusagen die Studierenden eingereicht haben. Die Prüfung war insgesamt drei Stunden lang. Eigentlich war hier die Bearbeitungszeit vorbei und dann haben wir ihnen nochmal 30 Minuten zusätzlich gegeben für dieses technische Abfotografieren einreichen, die man aber natürlich auch nochmal nutzen konnte, um die eine oder andere Aufgabe inhaltlich zu bearbeiten. Naja gut, und wenn man das jetzt so ein bisschen extrapoliert, wäre halt die Sache, wenn die Zeit noch ein bisschen länger gewesen wäre, hätten vielleicht ein paar Leute noch ein paar mehr Aufgaben eingereicht. So, damit kommen wir auch gleich zu so ein paar Erkenntnissen und Erfahrungen. Interessanterweise funktioniert die Internetverbindung die ganze Zeit gut, aber gerade wenn es zum Ende geht und wenn die Studien einreichen müssen, dann ist die Verbindung immer sehr schlecht. Also mich haben dann ein paar Anrufe erreicht per Handy auf mein Festnetztelefon. Das geht jetzt gerade mit dem Internet nicht. Ob man nicht nochmal irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten länger haben könnte, ja, kein Problem. Ein Student hatte auch dann ein Problem mit seiner Smartphone-Kamera, konnte das nicht abfotografieren. Der kam dann in die Uni gefahren, hat das sozusagen dann händisch abgegeben. Wir haben das hier eingescannt, hochgeladen. Das funktioniert dann auch. Also es waren alles Probleme, die sich lösen ließen. Was vielleicht eine zweite ganz spannende Erkenntnis ist, Videos helfen auch nicht. Also es gab so ein paar Aufgaben in diesem Aufgabenkatalog, zu denen hatte ich zufälligerweise mal vorher Lösungsvideos erstellt, die auch irgendwo bei YouTube sichtbar waren, wo nicht direkt die Aufgabe zu sehen war, aber sozusagen der Lösungsweg. Also aus dem Lösungsweg kann man sich natürlich rückwärtig die Aufgabe dann überlegen, lernt dabei auch eine ganze Menge über die Elektrotechnik. Und es haben natürlich, also es haben dann zufälligerweise Studierende Aufgaben zugelost bekommen, zu denen es zufälligerweise eine Lösung bei YouTube gab, haben die trotzdem nicht richtig gelöst. Es gab auch einen Studenten, das fand ich sehr süß, der hat halt reingeschrieben. Und als Lösungshilfe nahm ich die Videos von Herrn Magdowski bei YouTube in Anspruch, bei sozusagen bei dieser Eigenständigkeitserklärung. Ja, aber also ich glaube, das ist aber auch kein, kein, trotzdem kein gutes Szenario, weil einem einfach sonst in der Prüfung die Zeit davonläuft, wenn man sich jetzt für jede Aufgabe da so ein 20-Minuten-Video anschaut. So, zusammengefasst würde ich sagen, Zeitaufwand, klar, aller Anfang ist schwer. Das war erstmal viel Vorbereitungsaufwand. Durchführung fand ich total gut. Das war alles sehr schlank, ging sehr einfach. Und die Korrektur, naja, war jetzt natürlich dadurch, dass die Kollegen immer sich jetzt bei jeder Aufgabe nicht nur sozusagen in eine andere Lösung, sondern auch in einen komplett anderen Lösungsweg reindenken mussten, ein bisschen aufwendiger als vorher. Ja, das werden wir jetzt, haben wir in Zukunft dadurch lösen, dass wir nicht mehr aus dem ganzen Pool von Aufgaben ziehen, sondern pro Aufgabenbereich eben nur noch zwei, drei, vier Aufgaben in den Pool reinwerfen, sodass da der Strauß an Musterlösung dann eben auch ein bisschen kleiner ist. So, und dann haben wir das Ganze im Sommersemester nochmal in Präsenz gemacht, in der Messehalle. Die Pandemiebedingungen haben das so zugelassen, haben dann aber den Studierenden trotzdem erlaubt, Bücher, Laptops, Handys, alles mitzubringen und zu benutzen. Da gab es auch ganz gutes WLAN und ich habe da eine kleine Statistik gemacht. Da sieht man, das beliebteste Hilfsmittel an der Stelle war ein Smartphone. Laptop, Bücher, nicht ganz so beliebt. Zwei Studis haben es komplett ohne Hilfsmittel versucht. Die habe ich dann gefragt. Der eine wusste es nicht, dass man das alles mitbringen darf. Und die andere Person, das fand ich auch sehr spannend, sehr interessant, hat gesagt, ja, ja, ich habe hier schon so ein Laptop und so alles in meinem Rucksack, aber das kann ja auch total ablenken. Ich fühle mich gut vorbereitet. Ich probiere es erst mal ohne. Und wenn ich nachher merke, dass ich das irgendwie noch ganz gut brauchen kann, hole ich das einfach raus. Ansonsten bin ich dann da auch so ein bisschen durch den Raum gegangen. Das ist ja immer so der Vorteil in einem Prüfungsraum, dass man dann ein bisschen rumgehen kann, den Leuten auch mal über die Schulter schauen kann. Und wofür ich eben in der Prüfung so ein Laptop benutzen würde, also Zahlenrechnungen im MATLAB zu machen, Netzwerksimulationsprogramme zu nutzen, Computer-Algebra-Systeme zu nutzen, das habe ich eher seltener gesehen. Wofür die Studis tatsächlich eher den Laptop genutzt haben, ist, naja, wie ein schlaues Nachschlagewerk. Also ich kann eine Volltextsuche im Skript machen. Ich kann mal eben noch mal was im Internet recherchieren und ich kann relativ schnell durch die ganzen Folien und meine Übungsmitschriften und so scrollen, vielleicht, wenn ich mir da ein paar Schlagworte dran geschrieben habe, finde ich vielleicht mit ein bisschen Glück eine Aufgabe, die so ähnlich ist wie die Prüfungsaufgabe. Und dann versuche ich damit irgendwie voranzugehen. So, auch dann Punkteverteilung bei dieser Open-Book-Präsenzklausur sieht so aus wie immer, wie bei jeder Klausur, die man so hat, zumindest so bei uns. Und was mich dann im Nachgang tatsächlich total genervt hat, was vorher ja eigentlich so komplett selbstverständlich war, war dieses Papier über Papier. Also man hat das vorher alles ausgedruckt, man hat es da hingetragen, alles ausgeteilt und wieder eingesammelt und hefterweise Papier, die dann irgendwie wieder an die Kollegen verteilt werden musste, zur Kontrolle. Und wenn dann Studierende Rückfragen gestellt haben, konnte man nicht sagen, ja, ich gucke mal schnell online nach, was die da geschrieben haben, sondern muss halt sagen, ja, sorry, der Hefter, wo Ihre Klausur, Ihre Prüfung drin ist, der ist gerade nicht bei mir, der liegt in einem anderen Büro, fragen Sie mal nächste Woche nochmal. Also das hat mich tatsächlich total genervt. Also dieser voll digitale Prüfungsworkflow von der Online-Prüfung, den fand ich echt total gut. So, und deshalb, also, ja, werden wir, kann ich kurz sagen, in diesem Semester das eben so machen, es gibt eine Präsenzprüfung, Open Book, die Studierenden reichen am Ende trotzdem online ein. Ich möchte keine Zettel von Ihnen haben, diese Zettelbehandlung nervt total. So, und damit kommen wir zu sechs Thesen. Die erste These ist, eine reine Digitalisierung vorhandener analoger Prüfungsformate ohne weitere Anpassungen an die Gegebenheiten der Digitalität des Internets der digitalen Welt ist nicht so zielführend. Es gibt einen schönen Spruch von Thorsten Dürks dazu, der mal 2015 gesagt hat, als ehemaliger Chef von Telefonica, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben Sie einen digitalen Scheißprozess. Die zweite These ist, das Internet gehört zur Lebenswelt der Studis dazu. Wir können das nicht einfach an Lehrveranstaltungen und Prüfungen ausblenden. Das ist nicht so wahnsinnig sinnvoll, das zu tun. Irgendwie müssen wir das in Prüfungen mit reindenken, in die Prüfungsaufgaben intrinsisch mit reinbauen. Und wenn wir das vielleicht machen, kriegen wir dritte These, auch die Kompetenzen dieses 4K-Modells, Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken sehr gut dort untergebracht. Und dafür braucht es eben, um neben den fachlichen Kompetenzen auch diese außerfachlichen Kompetenzen zu prüfen, neue Prüfungsformate. Vierte These, wie schon angesprochen, diese Proctoring- und Video-Fernüberwachung von Prüflingen ist also entweder nutzlos oder total unverhältnismäßig, greift in die Privatsphäre und in die informelle Selbstbestimmung der Studierenden ein. Und naja, also wird eher vermutlich zu sozusagen mehr Wettrüsten führen, dann doch irgendwie die technischen Hürden wieder zu umgehen. Als Beispiel habe ich hier, das ist was, was in Magdeburg kursierte, eine, wie man sieht, 29-seitige, Ikea-artige Anleitung, wie man an der Online, also wie man sein Zimmer umgestalten muss und was man sozusagen softwaremäßig machen muss, um an einer Online-Prüfung teilzunehmen. Also wo muss der Tisch stehen und wo steht die Kamera und wie und was und darf da eine Flasche Wasser auf dem Tisch stehen? Ja, aber die darf kein Etikett haben, weil da könnte man ja was draufschreiben und darf da ein Müsli-Riegel auf dem Tisch liegen? Ja, aber schon ohne Hülle, weil auf der Hülle könnte man sich ja eine Formel draufschreiben. Also irgendwann wird es halt auch total absurd. Die Frage ist ja dann so ein bisschen, als was, an was wird man sich als Student, als Studentin nach zwei, drei Jahren noch an diesem Modul erinnern. Definitiv nicht an irgendwelche fachlichen Inhalte, sondern ach, das war doch dieses Modul, wo wir 30 Seiten Anleitung bekommen haben, wie wir an der Online-Prüfung teilzunehmen haben. Also das ist ziemlich, ziemlich albern. Fünfte These, es ist für den Prozess total gut, eine summative Prüfung am Ende eines Moduls durch viele kleine Prüfungen zu ersetzen, kontinuierliche Rückmeldung auch zu geben, Feedback versus Note den Studierenden zu geben und zur Verfügung zu stellen, um den Lernprozess zu begleiten. Und die letzte These ist, wenn man jetzt mal irgendwie gut durchdachte, schöne Open Book Take Home Prüfungsformate hat, dann ist es ja eigentlich auch gar nicht mehr notwendig, alle Studis zur gleichen Zeit am gleichen Ort und so zu prüfen, sondern immer, wenn ein Stellende sagt, jetzt fühle ich mich im Sinne des Mastery Learning in der Lage, diese Prüfung zu schreiben oder diese Prüfung abzulegen, das Modul abzuschließen, dann mache ich das halt einfach. Und das könnte natürlich, also dieses Angebot von frei wählbaren 24-7 Prüfungsterminen könnte natürlich insbesondere für kleinere Hochschulen schon irgendwie ein riesen Wettbewerbsvorteil sein. So, und damit kommen wir zu einem Fazit aus meiner Sicht eben in Anführungszeichen gute Prüfungen sind auf jeden Fall Prüfungen mit authentischen Aufgaben, mit lebensnahen praxisorientierten Aufgaben, zeitgemäßen Aufgaben, kompetenzorientierten Aufgaben und Aufgaben, die halt nicht googelbar sind. Oder, naja, wenn es googelbare Aufgaben sind, dann muss man auch die ergoogelte Lösung natürlich irgendwie akzeptieren können an der Stelle. Und ich glaube, das, was wir stattdessen machen, ist häufig so ein Straßenlampen prüfen. Also, so ähnlich, wie wenn man halt seinen Autoschlüssel im Dunkeln verloren hat, dann sucht man halt auch erstmal unter der Straßenlampe, weil es da hell ist, auch wenn das nicht notwendigerweise der Ort ist, an dem man seinen Schlüssel verloren hat, aber das wäre so die Stelle, wo man überhaupt eine Chance hätte, ihn zu finden. Also, ich glaube, dass es auch, wir prüfen halt das, was sich irgendwie gut abprüfen lässt, aber nicht das, was wir eigentlich möglicherweise abprüfen sollten. So, und damit bin ich am Ende und übergebe mal zurück an die Moderation. Ohnen.